Hallo, ich bin Sven von Raya. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich stören herumliegende Caps und Mützen und einen richtigen Aufbewahrungsort für meinen Kopfhörer gibt es bislang auch noch nicht. Zum Glück haben wir dafür eine Lösung. Mit unseren Styroporköpfen kriegst du das Chaos sofort in den Griff. Kopf- und Gesichtsform sind realistisch dargestellt. Deshalb eignen sich die Köpfe hervorragend als Ständer für Mützen oder Kopfhörer. Aber auch Sonnenbrillen und Perücken kannst du so toll präsentieren. Wir haben zwei Versionen, einen männlichen und einen weiblichen Kopf. Der Frauenkopf hat einen Kopfumfang von 48 cm, der Männerkopf 57 cm. Die beiden sind ungefähr gleich hoch, etwa 30 cm. So kannst du sie toll miteinander kombinieren. Die Köpfe sind aus Vollstyropor und haben kein Loch auf der Unterseite. Für dich ein Vorteil, sie sind dadurch wirklich stabil. Auch mit Kopfhörern stehen sie gut. Natürlich gibt es ganz viele andere kreative Ideen. Du kannst den Kopf toll besprühen, so wie hier mit schwarzem Acrylspray. Und für den extra Glanz habe ich noch unseren Triple-Closs verwendet. Und denkt dran, kreativ sein macht glücklich und alles, was kreativ macht, gibt's von uns. Euer Sven von Raya.